Warte mal kurz, ich muss... Ich nehme jetzt erstmal die Pistole. Scheiße, ich habe keinen Platz, ne? Ich würde gerne das grüne Kraut nehmen. Grünes Kraut. Ja, dann gib mir das rote. Ja, warte. Gegen. Gib mir zurück. Genau. Da steht einer. Da, hier unten auch. Bist du einfach hier runter gehüpft? Ja, ja. Oh, hier ist Wasser, deswegen wusste ich nicht, wie tief das ist. Da ist noch eine Granate. Ja, whatever. Okay. Ich kann nichts nehmen, sonst hätte ich sie genommen. Oh, jetzt habe ich dich getroffen. Du blutest. Entschuldigung. Das passiert mal. Ey, Gewehr-Munition. Geil. Das ist wichtig. Warte mal, hier ist gegen die Wand. Achso. Gewehr-Munition. Achso. 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 Ja, du spürst, du spürst immer die neuen Pistolen im Shop gekauft. Ja, ich habe mir ja andere unnütze Dinge gekauft. Luft welchen kugeln. Klar, dann wird ballsишt in den Westen. So, die Folge habe ich gerade bearbeitet. Ey! Epis. Deine Idee war? Was? Ähm. Was schieß ich überhaupt? Niemand, ne? Oh, hinter uns ist einer mit Handgranaten gewesen. Hab nicht gemerkt. Scheiße. Warte. Ja, ist besser. Der steht immer noch da. Ja, lass ihn noch stehen. So, wir müssen den wegmachen. Ja, wahrscheinlich. Loll, Alter. Was, ist er endlich? Ah, da steht noch einer. Da oben. Tod. Der schmeißt keine Granate mehr. So eine Granate zieht aber auch Leben. Da ist noch Kraut. Wenn du Platz hast. Hier, grün. Grün, grün sind nicht wir, ne? Oder? Ne, sag ich doch. Da oben ist noch irgendwas mit Laser. Ja, eine Raketenwerfer ist Posty. Warte. Ach so. Sekunde. Sehr schön. Spring. Hopps. Äh. Huhnig. Was ist denn das hier? Eklig ist alles auf dem Schiff. Hier ist nochmal grünes Kraut. Hier ist nochmal grünes Kraut. Hier sind zwei Hebel. Hier ist immer noch ein Typ mit Raketenwerfer. So, ich habe mir einmal grünes Kraut genommen. Ja, gut. Hier unten liegt nochmal grünes Kraut. Hier ist Maschinengewehr Munition. Da kriege ich jetzt... Oh. Ja. Kannst du ruhig dein Zeug rausstecken. Nochmal. Oh, ich kriege ordentlich Maschinengewehr Munition. Das ist gut. Also hier sind zwei Hebel. Und wo bist du jetzt? Ich habe gerade drei Leute mit einem Schuss weggemacht, weil die alle nebeneinander stehen. Oh. Hinter uns. Hier liegt nochmal Maschinengewehr Munition, ne? Willst du gar nicht aufhängen? Nee. Ich habe hier Spielkameraden. Ah, scheiße. Der ist weg. Hier ist Gewehr Munition. Bei mir, ne? Ja, ja. Wo bist du jetzt? Hier ist eine Goldkette. Da unten greift halt. Seh dich doch! Hier ist Erste-Hilfe-Spray, nehm ich mir mal. Ja. Und zwei Minen, aber die sind ja egal. Komm mal zu mir. Ja, ich versuch's. Nicht, dass die despawn hier. Ich will die nicht nehmen, dann blockier. Na ja, gut. Ich kann sie auch nehmen. Und dir dann gegen. Komm mal hoch. Hier ist rotes Kraut und Stickstoff-Granaten. Ich kann mir das rote Kraut machen. Hm. Ja, kombiniert. Sonst ist hier nichts weiter, ne? Kannst du mir mal eine Muni geben? Ja, warte mal. Ey. Ey, freundlich wieder hier, du. Geht die Tür da hinten nicht auf? Oder warst du da schon drin? Da war der Erste-Hilfe-Spray drinnen. Ja, gut. Hier ist Maschinengewehrmonition, willst du die gar nicht? Ja, na klar. Wo war die denn? Ja, hier unten bei mir. Hab ich gar nicht gesehen. Achso. Das hab ich nicht gesehen. Da hab ich doch schon mal welche gesammelt. Muss bestimmt hier hin, ne? Ja. Wegen Sicherheitsabstand. Was ist hier sicher auf diesem Schiff? Hinter uns. Äh. Auf dem Kopf, ne? Achso, Leute. Die sag doch hinter uns. Was? Ich hör hier noch irgendwo einen. Da. Ja, hier sind ganz viele von der Nähe. Ah, scheiße. Soll ich den Tod, was da rauskommt. Ich auch. Muss ich ja. Oh, ja. Oh, geil, ja. Wollen wir mal gucken? Schätze? Sonst hab ich auch nichts weiter. Kann ich irgendwie... Ich kann ein bisschen was verkaufen. Wir haben da Goldketten gefunden, ne? Ja, das... 2000. Ja, das ist... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie viel Money, 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 Money? Ich hab nicht so viel. Fehlt mir noch 17. 7000. Ja, schau wir nicht mehr die nochmal aufzuwerten. Ups. So. Also jetzt gleich konzentrieren. Und ich nehm mir gleich die... AK. So. Ah, das gehört eben dazu. Man muss das... Man weiß es ja nicht vorher auf was... Da auf... Was da auf einen zukommt, ne? Wir könnten jetzt natürlich auch nach oben gehen, glaube ich. Ist das richtig? Ne. Wofür? Genau. Ah, scheiße. Das... Dass man beim Nachbladen immer stehen bleiben muss, das ist scheiße. Jetzt bist du vor den Weg gelaufen. Guck da. Ich will weg. Ich muss nachladen. Ich bin tot. Uh. Geh sie wohl. Ah, hier ist grünes Kraut. Das kann ich nehmen. Erstmal nachladen. So. Ist da was Schönes übrig geblieben, ne? Nicht wirklich. Ich hab die aber weggemacht. Warte mal. Den kann ich nicht kombinieren. Gut. Soll ich uns mal heilen? Wenn du Spaß dran machst? Ich hab da Spaß dran. Warte. Bleib, bleib. Ich sag, bleib bei mir. Oh, nee! Okay. Vielleicht wartest du noch mit dem Heilen eingefasst. Ja. Ah, hier steht noch ein Typ neben mir. Als ob das nicht noch schon schwer genug ist. Hinter uns kommen auch noch welche. Ja, ich glaub schon. Da liegt Gewehr Munition. Ja, aber wie soll ich da nicht kapieren? Waaah! Ah, scheiße. Oh. Da ist keine Munition mehr. Ja, das ist gut. Ja, aber im letzten zwei Kugeln, ne? Ups. Ja. Steh still! Der ist tot. Die Magnum ist gut. Jetzt erstmal Muni einsammeln. Oh! Hier ist Gewehr Munition bei mir. Wo wirst du? Hinter dir. Neben dir. Oh, Maschinengewehr. Da liegt die Gewehr Munition. Da hast du... Genau. Genau. Da liegt auch noch was. Warte mal. Erstmal alles nachladen. Noch nicht machen. Noch nicht machen. Erstmal alle Waffen nachladen. So. So. Ich hab aber nicht viel. Ja. Besser als Gornix, ne? Ich glaub, er wird nachher... Ich vermute es mal. Wir haben zwei Karten jeweils. Er wird nachher gar nicht so schwer sein. Denn das wird... Das Schamizu mit den Leuten hier ist meist schlimmer gewesen, oder? Irre ich mich da. Das ist doch nicht die schiere Menge, ne? Wir müssen ihn doch bloß spritzen. Das krieg ich hin. Ich hab meine Oma auch immer gespritzt. Nein, hab ich nicht. Das sieht schick aus. Das nicht. Auf den Kopf, Ding dran! Ja, deswegen hast du jetzt einen Fehlschlag. Du hast wirklich... ...eine Inkonvenienz für mich geworden. Und die Brille. Vorsicht! Auf Fick deinem achten, ne? Auf Fick deinem achten, ne? Beidee! Ich weiß nicht, wie du es denn zu verletzt hast. Ich schaffst mich. Ich schaffst mich! Ich schaffst mich. Ich schaffst mich. Oh, ich schaffst mich. Ich schaffst mich! Ein bisschen Matrix, ne? Ah, die Spritze! Auf Fick deinem achten los! Tja! 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 Das ist vielleicht unsere einzige Chance. Nein, doch. Mach es. Die Dinge sind wirklich interessiert, nicht Chris? Du glaubst wirklich, dass du mich verletzt hast? Insofern werde ich nicht aufhören, bis ich sterbe. Na gut, dann. Ich werde dich schnell töten. Gut. Pff, das hätte ich jetzt... Oh, da hat auch ne Waffe. Oh, lol. Oh, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf! Die sterben! Oh, lol. Lauf weg! Oh, und ich bleib stehen beim Nachladen. Ich hab dieses Ding da oben drin. Du auch? So. Ich hab... Panzer... Schießen bringt ja nicht viel. Panzerabwehrraketen hab ich hier. Ist halt so. Warte, lass den mal hier hinlocken, dann schießt man drauf. Soll ich die nehmen? Ne, drauf schießen. Ach so! Den legen und den warten, bis er da rankommen. Ich geh weg. Ja, bringt gar nichts. Hast drauf geschossen, bringt nichts, ne? Ne, ne. Ich laufe mal rum. Hier sind irgendwelche Hebel, die man betätigen kann. Ja. Ich hab meinen Hebel betätigt. Und, ist was passiert? Nein, hier ist noch ein Hebel. Es wird dunkler. Er kann uns da nicht sehen. Ja. Das ist ein perfider Plan. Lol. Aua. Ach, die kann man denn nur weglegen. Aha. Ja. Wo ist der jetzt? Dreimal geschlagen, Alter. Hier ist noch ein so'n Ding. Kann ich hier drücken? Ja. Kann man die nicht irgendwo platzieren, die scheiß Panzergranaten? Nein. Ja, was soll ich da mit der jetzt in der Hand machen? Nun nimm doch die Munition! Wo ist denn der Typ? Guck mal, er hat uns verloren. Jetzt können wir auf ihn schießen. Ja. Er ist zu dir gelaufen, richtig? Keine Ahnung, er weiß ja nicht, wo wir sind. Ach du Scheiße, jetzt ist er da hochgelaufen. Ich wollte grad auf ihn schießen mit der Panzergranaten-Dings da. Lol. Oh. Kacke. Die waren grad so gut drauf. Hast du Munition aufgesammelt? Nicht mal, ich war bei diesen, ähm... Ich war an der Seite, im Dunkeln. Machen gleich weiter, ne? Ja, gib mir was, genau. Der Partner hat... Haben wir denn was zum Verkaufen? Ja. Tatsächlich. Ich hab jetzt genug, um meine Pistole das jetzt mal aufzubessern. So, jetzt hab ich nur noch 3.000. Aber ich hab meine Pistole und meinen Sniper vollkommen aufgebessert. Besser geht nich. Das Feinste vom Feinste. Ich werd die Magnum aufwerten. Jetzt hab ich 2.700 Schaden. Wer weiß, das ist vielleicht sogar noch ganz brauchbar. Ich hab zwar jetzt auch kein Geld mehr. Aber egal. Stürzen wir uns in den Tod! Also... Oh! Schnell, äh... Licht ausmachen. Denk dran. Arbeitsteilung. Guck mal, das Licht aus. Kommt der hierher? Nein, der geht zu dir. Nein, der ist kaputt steht bei mir. Jetzt. Hier ist die Panzerabwehr-Rakete. Die nehm ich mal. Eine ist in der in so ner Glasvitrine. Ja. Scheiße. Jetzt geht er schon hoch? Die haben doch nicht mal alles ausgemacht. Das Spiel cheatet. Ja, wenn er einen nicht sieht, dann kann man ihn in den Rücken schießen. Ach so. Jetzt hat er das Licht wieder angemacht. Warum kann ich denn nicht? Jetzt kann ich. Oh. Mach mal das Licht wieder aus. Ich hab... Guck mal was ich hab. Ich bin ja nicht. Ach so. Bei mir war Licht ausgeliefert. Wo ist der Typ? Schnell. Deckung, 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 Deckung. Der ist da oben irgendwo. Richtig? Gut. Ah, da du bist! Ach, Mann! Ich kann die nicht... Ich kann die nicht benutzen. Ich hab nur ne Rakete. Die kann ich dir geben. Komm her zu mir. Wo bist du? Hinter dir. Gib her. V. So. Okay. Da hinten ist noch ein Hebel. Wo ist da hin? Da geh ich jetzt hin. Ich geh hinten zum Hebel denn, ne? Ich mach hier das Licht aus. Ja, mach Licht aus. Ja. Ich hab's aber nicht geschafft. Der ist nach oben. Deckung suchen. Geh nicht in die Mitte. Nee, er dürfte mich nicht sehen. Jetzt ist er runtergekommen. Er ist unten. Er ist unten. Da ist er. Jetzt weiß er aber, dass du da bist. Ja, er soll ja... Dann weißt du, wo du hinschießen kannst. Ah, jetzt... Der kommt ja lieber zu mir. Ja, das ist auch bisschen seltsam. Warte mal. Er darf nicht nach mir hinterher sein. Ja, er geht halt hier überhaupt nicht. Ich will ja jetzt nicht meine Kugeln hier verschwenden. Ach, das ist er. Warte. Oh, jetzt hat er mich. Ich hab ihn getroffen. Dreimal. So kann ich aber nicht auf ihn schießen. Ah, scheiße. Hast du jetzt geschossen? Ja, aber ich treff ihn halt nicht. Kannst du dir noch so'n Panzerabwehr-Ding snacken irgendwo? So'n Panzerabwehr-Ding? Ja, diese Panzer... Ja, ich guck in die Kiste. Hier ist nur Maschinengewehr-Munition. Guck mal, da oben ist was. Yes, es wird nice manchmal ver too infilt supporters Und hier seinба Avec aufgegeben Israel. Und im aber auch zum, go. Wolf pole und rein. puedes ist hier ein lást,